Titel, Schatten in der Dunkelheit, die weltweite Jagd nach den geheimnisvollen Riesenpanthern, nach einer wahren Begebenheit. In einer Welt, in der das Unerklärliche und Mysteriöse oft ignoriert wird, taucht ein neues Rätsel auf, das die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zieht. Seit Jahren melden Augenzeugen aus den verschiedensten Ecken des Globus die Sichtung über großer, schwarzer Panther. Diese majestätischen und einschüchternden Kreaturen sind nicht nur in ihrer heimischen Umgebung, sondern auch in Ländern, in denen sie fehl am Platz scheinen, gesichtet worden. In England, dem Epizentrum der Sichtungen, sind die Berichte am dichtesten. Doch auch aus Kenia, Australien, Neuseeland, Ungarn, den USA, der Türkei und Kroatien gibt es Berichte. Diese Panther sind nicht nur ungewöhnlich groß, sondern verhalten sich auch anders als ihre natürlichen Gegenstücke. Sie werden oft als schemenhafte Gestalten beschrieben, die sich schnell und fast geisterhaft bewegen. Interessanterweise treten diese Sichtungen oft nach UFO-Meldungen auf, was einige dazu veranlasst, eine außerirdische Verbindung zu vermuten. Diese Theorie wird durch verschwommene Filmaufnahmen gestützt, die mehr Fragen als Antworten bieten. Sind diese Kreaturen wirklich Panther oder etwas ganz anderes? Eine andere Theorie besagt, dass es sich um gewöhnliche Tiere handelt, die ausgesetzt wurden, doch die überwältigende Anzahl der Sichtungen und die geografische Vielfalt lassen diese Erklärung zweifelhaft erscheinen. Als die Sichtungen häufiger werden und die Weltgemeinschaft um Antworten ringt, beschließt eine Gruppe von Wissenschaftlern, Kryptozoologen und Abenteurern, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Sie reisen um die Welt, sammeln Beweise und befragen Augenzeugen. Ihre Reise führt sie in entlegene Wälder, verlassene Städte und geheime Regierungseinrichtungen, immer auf der Suche nach der Wahrheit. In der entscheidenden Phase ihrer Untersuchung, gerade als sie glauben, dem Rätsel auf der Spur zu sein, erleben sie eine bahnbrechende Entdeckung, die alles, was sie zu wissen glaubten, auf den Kopf stellt. Sie stehen kurz davor, die wahre Natur dieser geheimnisvollen Wesen zu enthüllen, als die Geschichte abrupt endet, die Leser in atemloser Spannung zurücklassend, mit Fragen, die nur im nächsten Teil beantwortet werden können. Was ist die wahre Natur dieser mysteriösen Kreaturen? Welche Geheimnisse verbergen sich noch in den Schatten? Die Antwort darauf wartet in der Fortsetzung dieser fesselnden Erzählung.